Oh, morgen. Ich störe mich nicht bei meiner Instagram-Story. Ich zeige hier gerade meinen Leuten, wo wir hier wohnen. Was geht ab? Was geht? Was war's denn, Alter? Ja, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Wir haben noch nichts gegessen. Es ist 8 Uhr. Bisschen frisch, ne? Ich bin gerade noch frisch. Einfach nur kurze Sachen dabei. Ich habe nur zwei T-Shirts da, sonst so Tanktops. Ja, wir gehen einkaufen, ne, frühstücken, einkaufen, suchen uns einen Gym. Da ist der zweite Verdächtige mit dem Pflaster auf dem Stirn. Also, da waren so zwei Leute, ja. Drei Leute. Hier. Du musst immer übertreiben, sonst fängt es so an. Ne, es waren drei Leute. Zwei waren im Auto und der eine wollte einsteigen. Er hat die Tür aufgemacht und hat die Tür sich voll gegen die Stirn geknallt. Das ist der Verdächtige. So, wir sind auch bei BMW geblieben. Ja, die wollten uns einen Cadillac geben, also in derselben Preiskategorie. Aber ich habe mir gedacht, dass ich selber BMW fahre und dass die alles genauso aussieht wie in meinem Auto. Wenn Johnny, hast du eine Rutsche für dich Rutschenpacken. I want some eggs. Eggs your way. Omelettes. Western. Cheese Steak. Ham and Cheese. Waffels. Paninis gibt es auch. Salads. Create your combos. Hier, guck mal. Lampsch, ne, Lampsch nicht. Hör mal. So funktioniert es. Wir haben eine Message von Heiko. Äh, von Heiko. Jo, William. Ich wünsche euch da auch viel Spaß da drüben. Habe ich mich ehrlich gefreut gestern. Dass ihr da nicht gedacht habt. Ich wäre ja gerade rein. Der Witz ist ja, ich wäre echt auf drüben. Weil Uwe hat kurzfristig gesagt, dass wir rüberfliegen. Aber das Ding habe ich abgesagt. Einfach vorher mit Hollywood Matze da was machen wollte. Und ich habe gesagt mit dem Dreh. Eigentlich kann ich unterwegs sein. Aber das gehört da drüben. Und deswegen habe ich das Ding abgesagt. Sonst hätten wir uns da echt gesehen. Schade. Johnny sich nicht zu sehr zum Vollfotze machen. Wie gesagt, viel Spaß da drüben. Schwanzfresse hier. Ich grüße dich Heiko. Ich werde hier zur richtigen Sau. Sag ich dir. Ich gehe zunächst in Apotheke. Und dann hole ich mir qualitätssteigende Supplements für meine Libido und für meine Spermienqualität. Heiko, danke dir für die nette Nachricht. Jetzt weiß ich auch warum jedes Frühstück knapp 1500 Kalorien hat. Guck dir mal dieses Omelette an. Ich weiß nicht, ob das auf Kamera so rüberkommt. Was ist das für ein Apparello, Alter? Das sollen drei Eier sein, ne? Ich habe hier noch ein bisschen Chicken on top. Da müssen wir noch ein bisschen auf Proteine kommen. Ja, das sind doch keine drei Eier. Das sind niemals drei Eier, Alter. Drei Straußene, ja. Wer weiß. Das ist seine Spezie. Kannst du nicht einmal auch mal normal bleiben, Johnny? Du bist halt eine kleine Batze, ne? Das ist damals auf dem Kiepsgaps erstmal ein Slap. Du, du heitest doch nicht so nah ran. Wie soll ich das filmen? Das ist auf dem Kiepsgaps damals erstmal eine Rückhandstelle hier. Das Stabitze an dir sind deine Segelohren hier. So guckt Heiko, wenn der wütend ist. Was ist denn? Damals hab ich alles reingeknallt. Das letzte wo ich in LL war, wenn ich für über Tage einkauf, jeden Tag einkaufen ist scheiße. Lenkt nur einer? Ne, das ist ein Kackwagen. Nur die Vorderräder der Lenk. Völlig überfordert. Aber ich habe hier was Leides gefunden. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. So einen tragbaren 15 Zoll Monitor ist perfekt für mein Streaming-Equipment. Ich wollte eigentlich einen Monitor hier kaufen, so einen 24 Zoll und den dann einfach hier lassen. Was natürlich schade wäre, weil das kostet alles Geld. Für 200 Dollar hast du einen tragbaren und den kann ich dann überall, egal wo ich bin, auf Reisen immer mitnehmen. Mit Laptop verbinden, zwei Screens, perfekt für Twitch. Jetzt haben wir was sehen, René. Ja. Vorsicht auf seinen Kopf. Das hast du gekauft, Junge. Doch, du bleibst für eine Woche. Ist für eine ganze Woche. Ein bisschen lauter reden. Ist für eine ganze Woche. Okay, packen wir ein. Ja. Und dann geht's Streaming zum Einrichten. Korrekt. Ja. An der Stelle, Freunde, keine guten Nachrichten, keine guten Neuigkeiten. Der drittplatzierte im Open Heavyweight bei Mr. Olympia 2022, Nick Walker, den wirklich viele dieses Jahr wieder erneut in der Top 3 gesehen haben, hat sich verletzt und wird dieses Jahr, also jetzt am kommenden Wochenende, nicht teilnehmen bei Mr. Olympia. Wir gucken uns jetzt sein Statement zur Verletzung an. Ich glaube, es war der Beinbeuger. Aber ganz im Thema bin ich auch nicht, da ich gestern den ganzen Tag im Flugzeug gesessen bin, auf dem Weg nach Orlando. Ich werde mir das Video mit euch jetzt natürlich reinziehen und wir gucken, was Nick Walker zu berichten hat. An der Stelle auf jeden Fall schon mal gute Genesung, auch wenn er es niemals sehen wird. Sowas wünscht man natürlich niemandem. vor allem niemanden, der sich das ganze Jahr lang den Arsch aufgerissen hat, um wieder ganz vorne mitzumischen bei Mr. Olympia. Hi, Leute. So, ich habe einige sehr unverschämtliche Nachrichten. Ich werde euch hierher gelten. Ich werde mich nicht in diesem Jahr mit Mr. Olympia spielen, wegen einem Hämstring-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck-Toeck. Also, es war tatsächlich der Hamstring zu Deutsch. Der Beinbeuger ist wahrscheinlich abgerissen. Schon in Orlando ist es passiert. Hier bei der Anreise-Katastrophe. Und ich versuche zu durch es. Ich versuche zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, auf das Ganze. Alles klar, was es braucht. Aber es wurde einfach verletzt. Es wurde nicht in der Form oder Form geworfen. Ich und mein Team. Wir wollten es besser, dass wir einfach rausgezogen haben. Denn es war nichts, dass wir uns in dieser Stelle die Top-3-Berwelle stellen haben. Das hätte ja natürlich auch gar keinen Sinn, wenn jeder eine Verletzung hatte. Sei es eine Schulterverletzung, Brustmuskelabriss, egal welcher Muskelabriss, du kannst nicht performen, du kannst auch nicht posen, du kannst den Muskel ja gar nicht anspannen. Ich weiß jetzt nicht, wer die drei Herrschaften sind, die er hier aufgezählt hat, ich glaube nicht, dass das Ärzte waren, ich denke mal, das sind irgendwelche Leute von der MPC, vom Wettkampf selbst. Sie waren sehr, sehr, sehr unterstützt von dieser Entscheidung und haben mich gefragt, ob ich etwas brauchte, und das macht mich einfach stolz, dass ich Teil dieser Organisation bin, der IFBB und der Seahawks-Support. Okay, ich hatte recht, es waren keine Ärzte, sondern die Jungs von der MPC-Organisation. Was gesagt, das war eine sehr schwierige Entscheidung zu machen, weil diese Prüfung war sehr leicht, sehr leicht, ehrlich gesagt. Oh nein, Mann, der arme Schrik hat Gänsehaut, weil ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Es ist jetzt natürlich in keiner Relation zu vergleichen, aber die treuen Follower, die mich schon lange verfolgen, kennen meine Geschichte mit meinem allerletzten Wettkampf, wo ich nach Warschau gefahren bin. Ich will jetzt auch nicht zu viel von mir reden, ich konnte einfach einen Tag vom Wettkampf, habe ich 40 Grad Fieber bekommen und habe mich genau so gefühlt, habe auch so ein Statement in der Story gemacht und mir sind tatsächlich auch die Tränen gekommen. Ich konnte darüber nicht reden, es hat mich auch wirklich wochenlang noch verfolgt, weil man reißt sich das ganze Jahr lang den Arsch auf, bringt das beste Paket und kann wegen gesundheitlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen nicht starten, das ist ganz, ganz bitter. Ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich werde das erste Mal gewinnen. Und dann, die ersten Mal das passiert, das einfach so ist, es einfach so ist, weil ich nicht weiß, was ich nicht tun. Aber wenn ich mich selbst kenne, ist es nur ein anderer Grund, um stärker zu kommen. Ein anderer Grund, um besser zu kommen. Und das ist das, was ich mache. Ich möchte auch an Maria bedanken. Ich hoffe, dass die Freundin oder Frau ihn auch auf jeden Fall dort mental unterstützen wird und die ganze Zeit bei ihm bleibt in der Situation. Aber es ist wie du handel es. Es ist das, was du machen, das ist das, was du machen, das ist das, was du bist, und die Charakter du bist. Und jemand, der weiß mich, weiß, dass ich immer wieder zurückkehren und wieder zurückkehren. Und das ist genau das, was ich mache, wenn ich gehe. Und ich möchte nur sagen, vielen Dank für all die Unterstützung, für all die Liebe, die ihr euch verabschiedet habt. Und ich werde hier den ganzen Wochenende sein. Obviamente, ich werde versuchen, dass ich am besten in der Expo sein kann. Und ich werde dieses Wochenende für euch machen. Also er ist auf jeden Fall noch vor Ort, auch bei der Expo und ist auch für seine Fans und Supporter am Start. Ich denke mal, das wird ihm auch aufraffen. Das wird jetzt auch wichtig sein, dass er mit seiner Community reden wird, dass viele werden vor Ort sein. Viele werden ihm natürlich Mut zusprechen, ihm Zuspruch geben, dass er halt in kein Loch fällt. Aber er hat ja selber schon gesagt, er kommt stärker zurück. Und selbst wie, das ist auch ein doofer Vergleich, Schwarzwald, John war ja bei uns letzte Woche im Stream. Er hat ja auch eine extreme Knieverletzung, konnte monatelang gar nicht richtig laufen. Und er hat gesagt, alles passiert aus irgendeinem Grund. Vielleicht musste das ja genau so sein, vielleicht musste das so passieren. Wenn man sich das so anhört, denkt man sich, okay, was labert der jetzt eigentlich? Das musste auf keinen Fall passieren. Aber vielleicht, es gibt ja diesen Spruch, nichts passiert ohne Grund. Vielleicht musste das so passieren. Vielleicht kommt er wirklich noch besser zurück. Aber ich finde das einfach, ich bin absolut die, die mich verfolgen. Ich bin gar kein Nick Walker Fan, mir gefällt seine Physik nicht. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich wünsche so eine Verletzung niemandem, vor allem nicht auf dem Niveau. Und das ist, Bodybuilding ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache, Freunde. Aber das ist wirklich fatal. Das tut mir vom Herrn, mir tut das vom Herzen leid, Alter. Ich werde wahrscheinlich am HD Muscle Booth sitzen, wahrscheinlich. Scheiße. Aber danke, Leute. Und ich hoffe, dass es besser wird. Ganz, 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 ganz düster hier mit Nick Walker. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid für ihn. Ich wünsche ihm vom Herzen nur das Beste, dass er schnell auf die Beine kommt, dass er schnell wieder genesen sein wird. Aber ich denke mal, hier in den USA haben die Ärzte auch, vor allem wenn man Profisportler ist, wird er mit den besten Ärzten, sein Sponsor wird ihn da denke ich mal auch unter die Arme greifen, wird er mit den besten Ärzten und Rehabilitationstechniken arbeiten, sodass er wieder schnell auf die Beine kommt. Wie gesagt, wir wünschen ihm nur das Beste. Ich hoffe, meine Community natürlich auch haut wie immer eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Auch wenn man da eigentlich nichts anderes schreiben kann, außer gute Besserungswünsche. Ja, das war's mit einer kurzen News-Reaction hier. Diesmal leider nichts Lustiges, sondern eher ein trauriges Thema. Und ich würde sagen, wir bleiben auf dem Laufenden live aus Orlando. Das war natürlich noch nicht alles, wir machen jetzt noch eine kleine Roomtour. Klein? Ich glaube nicht, es wird nämlich ganz, ganz groß. Wir sind zwar nur drei Personen, Johnny Münster ist am Start, der Kameramann und meine Wirklichkeit. Also, hier ist der Eingangsbereich, wir machen das jetzt ganz zügig, weil sonst dauert diese Roomtour denke ich mal eine Stunde. Hier ist der Eingangsbereich, hier haben wir das erste Schlafzimmer. Schläft hier eigentlich einer? Nee, ne? Ich glaube nicht. Johnnys Ablagezimmer. Johnnys Ablagezimmer. So, da haben wir das erste Bad. Oh, Entschuldigung. Das erste Badezimmer, ich mach mal zu. Dann haben wir überall so Abstellkammern. Kommen wir zum großen Wohnbereich, einer riesen amerikanischen Küche. Wir haben uns auch schon hier gut eingerüstet. Natürlich haben wir einen großen Esstisch, ja, wo man zu zweit dann oder zu dritt gegebenenfalls sitzen und essen kann. Unsere Supplements, ja, der Rest wird noch nachgeliefert. Ganz, ganz wichtig, Freunde, der Crank Olympia Edition Grizzly Punch. Werden wir gleich auf jeden Fall vor dem Training nochmal schlürfen. Und wir haben natürlich fette, fette Rabatte diese Woche bei ESN. Passend zur Olympia. Checkt auf jeden Fall alles aus. Gibt 30% auf die Booster und 25% auf alle Bestseller. So, weiter geht's. Küche. Ein paar Einkäufe haben wir mal gemacht. Der Kühlschrank ist auch prall gefüllt mit irgendwelchen Sachen. Hier zum Beispiel so Sachen, die es bei uns nicht gibt. Gatorade Zero und hast du nicht gesehen. Also Johnny hat hier für 400 Dollar Lebensmittel angekauft. Ich weiß gar nicht wie und wann er was essen möchte. Haben wir hier noch einen kleinen Wohnbereich. Ja, das ist das geilste eigentlich. Der Pool, in dem ich noch nicht drin war mit einem schönen Gasgrill. Ich werde da auf jeden Fall später mal reinjumpen. Und heute ist es ein bisschen frisch aber, ne? Geht's auch drauf? Da, machen wir ein Badezimmer drauf. Machen wir ein Badezimmer? Oh. Sorry Digga. Ja, also wir haben überall ganz viel Kloß. Weiter geht's. Ähm. Ja, ist heute frisch. Heute ist der kältste Tag. Aber die jetzlichen Tage sollen ganz wandeln. Euch öffnen wieder eine Abstellkammer. Waschraum. Dann Freunde. Mein Streamingzimmer könnte man sagen. Habt ihr wahrscheinlich in der Instagram Story schon gesehen. Man kann hier schön ne Runde Terminator zocken. Äh. Golden T Classic irgendein Dingens. Keine Ahnung. Air Hockey Kicker. Hier habe ich schon mein ganzes Setup eingerichtet mit Kamera. Also es werden hier auch täglich Livestreams geben. Es wird hier täglich Livestreams geben aus Orlando. Dann ganz ganz krass. Wir sind übrigens die ersten. Der Airbnb-Busitzer hat uns das gesagt. Wir haben hier zweimal eine Xbox One mit zwei Fernseh. Keine Ahnung wie man das machen soll. Aber sehr sehr nice. Das ist eigentlich ne Garage. Hier. Da vorne stellen wir unseren Mietwagen vor der Garage. Weiter geht's. Kommen wir jetzt nach oben in den Second Floor. Freunde. Du sollst auch ein bisschen Englisch reden damit. Ihr wisst mein Englisch ist katastrophal. It's not the yellow from the egg. But after the vlog. After the trip in Orlando. It's the yellow from the egg. So. Hier haben wir Johnny's Schlafzimmer. Er schläft oben. Na ja. Das ist irgendwie so ein Kinderbereich. Auch ganz geil gemacht. So alles hat seine. So Themenbereich. Hier ist irgendwie alles mit Haien. Mit der Haiwand. Dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer. Das ist auch ganz geil. So auf Star Wars gemacht. Diese Lampe könnte man eigentlich auch unten aufbauen. Hier schläft Johnny übrigens. Echt jetzt? Ja. Johnny schläft dann hier. Hier haben wir eigentlich mal noch ein Badezimmer. Oh. Was hast du euch gegessen Alter? Gäst du dir noch gut? Tut mir leid. Ja. Kommen wir in meinen Schlafzimmer. Natürlich das große. King size Bett. Hier wird gut geschlafen. Natürlich alleine. Ja jetzt Platz für 1-2 Damen. Aber ich schlaf hier alleine. Ähm. Hier haben wir. Absteckkammer. Du hast noch das größte Badezimmer glaube ich. Ja. Guck dir das mal an Digga. Also hier ist der. Zwei Waschbecken. Hier ist meine Dusche. Die mache ich auch immer morgens. Meine Ausfallschritte von links nach rechts hin und her. Damit auch wirklich die Beine geht. Hier ist auch noch wenn ich morgens... Johnny. Alter. Da kann man immer abends eine Wurst legen. Ja hier haben wir wieder irgendwelche Absteckkammern. Äh. Ja. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Ne erstmal das hier. Johnny ist ja da. So. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Das ist so Mickey Mouse Style. Auch ganz süß. Alter wenn man hier mit Kindern Urlaub macht. Ist das wirklich äh. Nett für die Kids ne. Da werden die morgens wach sehen. Mickey Mouse. Hier haben wir noch ein Badezimmer. Mit äh. Mit Toilette. Kleiderschrank brauchen wir nicht. Hier ist noch irgendwie so ein. Key size Bett. Hier ist das Kameramannzimmer. Ich hab das beste Bett übrigens. War mit. Ey du bist so. Das geilste Charakterefeld. Oh Junge. Das ist echt gut. Hast du gestern eigentlich das Ding ausbekommen? Es waren die an. Aber es fehlt einem im Schalter. Ja. Ich wusste dass ich wieder hochgeklettert hab. Die ganze Zeit an diesen Ding hier gezogen. Bist da ran gekommen? Guck mal. Ich bin NBA Player. Und hier haben wir noch einen. Ja ganz klar. Ist wieder am abwischen. Und ne kleine Dusche. Ne. Und ich würde mal sagen. Das war's mit unserem. Kleinen. Aber feinem. Airbnb. Und das beste ist. Darf man den Preis eigentlich nennen? Ja. Schon sehr genau. Eigentlich schon. Also wir zahlen hier wirklich 150 Dollar die Nacht. Und das ist. Geschenkt. Ich denke. Eine Finca auf Mallorca am Ballermann ist teurer als das. So. Das war's. Denk ich mal. Mit der Roomtour. Haben wir überhaupt noch Klopapier? Oder hast du alles aufgebraucht? Das war's. Das war's. Das war's.